Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke Akram Hassan mit einem M5 Competition gegen ein E63 S. Ein Luxussport, fast 2 Tonnen Kaliber gegeneinander. Bevor wir anfangen möchte ich noch den Finanzfuchs Baru Akman, der unsere neuen Sponsor willkommen heißen. Danke fürs Vertrauen, wer da irgendwie neben der Arbeit oder so ein zweites Standbein öffnen möchte, kann sich da gerne bei Ihnen melden. Investment und alles drum und dran, könnt ihr euch da gerne informieren. Okay, das Rennen geht los. Ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Komm, 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 komm! Oh, ho, 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 ho! Boah! Alter! Alter! Ohne Launch gestartet. Aber wie kam der M5 bitte zurück? Boah! Hört man das? Boah! So, das zweite nochmal. Alter, ich bin bereit. 1, 2, 1, go! komm 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 Alter Alter E63 ist auch brutal aber ich immer noch ohne Launch so jetzt rolli 50 50 50 und Gas Boah, Junge, wie schnell ist der alter? und los und los und los komm 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 es kommt er wieder das und los und los und los so oft im netz aber das ist einfach knapp da kann man nichts anderes sagen das ist einfach knapp so leute das war das erste duell m5 competition gegen den mc des e 63 s ich bin selber reicht um ehrlich zu sein hätte echt gedacht dass der m5 das wirklich macht aber der e 36 ist ja wirklich krass also krass unterwegs war ein spannendes duell wie gesagt am 25 16 ist unsere carys veranstaltung am hotel 24 adresse kann ich einblenden dann kann unsere neuen sponsor baro akman das hat zur carys familie gehört und das war's von mir wir sehen uns beim nächsten mal beim nächsten bis bald